Quarantäne bedeutet, dass Tiere zwei bis drei Wochen lang unter Verschluss gehalten werden, um sicherzustellen, dass sie keine Krankheiten ins Land einschleppen. Ich will nicht Quarantäne. Ich will nicht Quarantäne. Ich will nicht Quarantäne. Ich willamanidoko. Ich will nicht Quarantäne. Ich bin doch kerngesund? Ich will nicht Quarantäne. Ich will amanidoko. Ich will nicht Quarantäne. Ich bin doch gesund! Bis auf den Schnupfen von 2 Wochen. Erzähl doch nicht.. man kann nie wissen... Ich will nicht Quarantäne. Ich bin doch gern gesund! Ich bin doch gesund. Bis auf den Schnupfen vor zwei Wochen.